Wenn man frisch installiertes Word, das erste Mal startet, dann sind hier bestimmte Grundeinstellungen drin, die man so vielleicht gar nicht haben will. Ich zeige das hier mal mit etwas Blindtext. Also man sieht hier, man hat hier eine Zeilenschaltung und normalerweise müsste ich jetzt zweimal schalten, um hier entsprechenden Absatz zu bekommen, aber hier ist der Absatz so eingestellt auf zehn Punkte danach, dass hier einfach eine Leerzeile erscheint, wenn man hier einmal schaltet. Das mag zwar bei längeren Texten sinnvoll sein, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Adresse in einem Brief schreibe, also Name, Straße, Postleitzahl, dann kann ich das eigentlich nicht brauchen, dass hier so ein großer Abstand ist. Und drum stelle ich das eigentlich um auf Nullpunkte. Und jetzt ist es wichtig, dass man hier sagt, als Standard festlegen. Und zwar nicht nur in diesem Dokument, sondern auf alle Dokumente, die auf der Vorlage normal basieren. Normal ist dieses Word-Dokument, wo alle Formate eingestellt sind. Und wenn ich das hier entsprechend speichere und öffne, wird nochmal, also ich mache das mal zu, wird nochmal auf. Dann sehe ich, hier haben wir diese Nullpunkte wieder. Und jetzt kann ich ganz normal schreiben. Und wenn ich einen Absatz haben möchte, dann muss ich eben einmal, zweimal schalten. So, was können wir hier noch einstellen? Also zum einen fehlt mir hier immer eine Registerkarte, und zwar die Entwicklertools. Die findet man in den Word-Optionen. Menüband anpassen und hier, wenn wir ein Häkchen setzen, haben wir entsprechend die Entwicklertools hier auch. Dann finde ich es eigentlich immer sehr schön und augenschonend, wenn wir hier sagen, statt dem Farbschema Blau, Silber oder Weiß, wie im Word 2.13, Schwarz. Und dann ist es hier, finde ich, das ein bisschen augenschonender. In dem neuen Office 16 ist diese Funktion wieder drin. Im 2.13 war das hier draußen, die Farbe. Ja, was können wir noch einstellen? Zum Beispiel, wenn man hier eine Grafik einfügt, sagen wir mal, an dieser Stelle soll eine Grafik rein, einfügen, Grafik, Beispielbilder. So, dann erscheint hier eine Grafik, und zwar ist die so formatiert, dass sie praktisch im Text und in der Zeile erscheint und nicht zum Beispiel schon passend. Und dann könnte ich sie ja ganz komfortabel entsprechend dahin schieben, wo ich sie brauche. Und dann kann man den Ziehpunkten dann auch an der Größe verändern. Das kann man auch einstellen, indem man hier sagt, Datei, wieder die Word-Optionen und dann bei der Dokumentenprüfung. Also, erweitert ist drin. Okay. Erweitert, ausschneiden, kopieren, einfügen. Hier ist die Option Bilder einfügen als. Und hier haben wir wieder unsere verschiedenen Möglichkeiten mit dem Textfluss. Und hier können wir jetzt entsprechend sagen, entweder passend oder Quadrat. Ich sage mal passend. Okay. Und wenn ich jetzt entsprechend ein Bild an diese Stelle setze, einfügen, Grafik. Ja, dann habe ich zwar auch jetzt ein Riesenbild, aber ich kann das hier gleich direkt wohin schieben, wo ich das haben möchte. Und ich kann auch sofort an den Ziehpunkten die Größe verändern, so wie ich das gern haben möchte. Ja, eins vielleicht noch zur Dokumentenprüfung, Datei, Optionen und dann auf Dokumentenprüfung und dann Autokorrektur-Optionen. Wir haben hier ein Häkchen drin, jeden Satz mit einem Großbuchstaben beginnen. Also, wenn wir hier praktisch das Häkchen drinnen lassen, haben einen Punkt und schreiben weiter, dann haben wir automatisch eine Großformatierung. Wenn ich jetzt das hier raus mache und habe hier einen Satz, dann kann ich hier entsprechend klein weiterschreiben. Ansonsten hätte mir immer die Autokorrektur das Wort nach dem Punkt groß geschrieben.